Ich bin seit 20 Jahren im Gesundheitssektor, das heißt, ich habe schon mit 18 Jahren angefangen, mich mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen, mich mit den ersten Multilevel-Marketings einzuschreiben und mich dann mit den Hintergründen zu beschäftigen, die ich euch heute offenbaren werde. Denn wir leben in einer ganz spannenden Zeit. Auf der einen Seite haben wir tolle Möglichkeiten, wie wir unseren Gesundheitszustand verbessern können. Auf der anderen Seite lauern sehr, sehr viele Gefahren, die uns davon abhalten, in unsere Kraft zu kommen. Und die will ich euch aufzeigen und euch Lösungswege präsentieren. Also, ich habe mehr als 15.000 behandelte Menschen in meiner Karriere. Ich bin Inhaber des Dr. Raw Online-Shops, des Rohkostrier-Franchise-Konzept, ein eigenes Rohkost-Restaurant, hatte ich sechs Jahre und hatte da eine Zulaufstelle für alle gesundheitsbewussten Menschen. Ich war auf ganz, ganz vielen Messen, habe mir sehr viele Vorträge angeschaut, zahlreiche Bücher gelesen, Seminare besucht und mehr als 30.000 Stunden in meine Ausbildung investiert. Das heißt, ich habe den Status eines Experten, mir ist wahr und wortwörtlich erarbeitet. Jetzt ist es so, dass ich ein sehr, sehr großes, aktives Gesundheitsnetzwerk habe. Das heißt, ich habe viele Menschen, die mir vertrauen, mit denen ich gearbeitet habe, Händler, mit denen ich kooperiere, Menschen, die mir Informationen bringen oder die auch Genesungserscheinungen erlebt haben, die durch meine Pläne und Anleitungen initiiert wurden.